So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses, der Dicke, eine neue Folge Pokémon Go. Ich sitze gerade so zu Hause, ich nehme gerade die Raider Mittwoch-Folge für Mittwoch auf. Plötzlich ploppt es auf, dir wurde ein Ticket geschenkt. Gut, erst das Coin-Ticket für Oktober, Dankeschön Henry. Dann das Z-Day-Ticket für Samstag, Dankeschön Michi. Und dann plötzlich noch ein Ticket für November. Hä, was wird da denn los? Dankeschön Karisima. Und dann ist mir in den Sinn gekommen, stimmt, Eden hat letztens gefragt, wie sieht es denn aus? Seid ihr im November wieder in Gera, wegen der Wild-Area? Und ich habe gesagt, nee, dazu gibt es doch noch gar keine Infos. Also, da fahre ich doch nicht extra nach Gera. Jetzt sieht es anders aus. Und ich muss euch sagen, ich gleich vorweg, die Tickets, also das Ticket ist ja da, Dank Karisima. Das Hotel ist auch gebucht, wieder mal das Loft-Haus. Danke an Pupsi. Wir werden im November wieder nach Gera fahren, um die Gina-Wild-Area zu erleben. Ja, was ist das jetzt? Das ist im Prinzip wie eine Safari-Zone, aber eigentlich gab es ja schon Safari-Zone in vergangenen Zeiten. Die hießen direkt Safari-Zone, haben aber mit der eigentlichen Safari-Zone nichts am Hut gehabt. Das ist eine Pokémon-Go-Wild-Area, oder wie ich sage, die Gina-Wild-Area. Aber da gibt es wohl dann Safari-Bälle und besondere Pokémon, die auch besonders stark sind und besonders schwer zu fangen sind. Und das gab es ja bisher noch nie und es gibt wieder besondere Raids. Ur-Balkia und Ur-Dialga kommen zurück. Ich habe hunderte von beiden. Ich brauche noch XL-Bonbons. Ich muss raiden. Ich spare die ganze Zeit schon Pässe. Ich habe noch Zeit, bis November noch mehr Pässe zu sparen. Und dann sind ja in dem Ticket auch noch Pässe drin. Deswegen ein kleines Infovideo über das Pokémon-Go-Wild-Area 2024. Die Gina-Wild-Area, wo wir, ich und Pupsi auf jeden Fall, nach Gera fahren. Dort spielen werden, zusammen mit Thomas. Der kommt ja aus Gera. Shinaya wird wahrscheinlich auch am Start sein. Eden hat angefragt, würde wohl wahrscheinlich nach Gera fahren wollen. Die war auch beim Go-Fest, nee, bei der Go-Tour dabei. Vielleicht ist Silvio am Start. Scheinlux. Vielleicht trifft man Tiso. Vielleicht trifft man, keine Ahnung, Timo, Hannes. Je nachdem, wer wie wohl Zeit hat und Bock hat. Also, aber wir haben jetzt schon gebucht. Wir sind auf jeden Fall im November dann in Gera. Ich sehe hier Luxtra auf dem Bild. Ich sehe Filinos auf dem Bild. Ich sehe Mammudel auf dem Bild. Und dann was, was ich nicht aussprechen kann, weil ich nicht weiß, was es ist. Es ist ein Riffex. Nein, es ist ein, ich sehe es gleich. Pokémon Go Naturzone Global. 23. und 24. November von 10 bis 18 Uhr 15. Die mutigen Blablabla. Eigentlich ist das alles egal. Den Text, den könnt ihr euch selber durchlesen. Guckt lieber mal hier die Bilder an. Riffex und Dönamax Riffex geben ihr Debüt in Pokémon Go. Bei dieser Go Naturzone, die ganz im Zeichen von Elektro und Gift Pokémon steht, wird Riffex, das Punk Pokémon, erstmals in Pokémon Go erscheinen. Mit etwas Glück könnt ihr sogar einem schillernden Exemplar begegnen. Das ist cool, oder? Kann das was? Wahrscheinlich nicht. Aber es ist cool. Hey, dann kann man hier weiterblädern. Toxel. Während des Events schlüpfen Toxel aus 10 Kilometer Eiern. Mit etwas Glück könnt ihr sogar ein schillerndes Exemplar ausbrüden. Kann das was? Wahrscheinlich nicht. Aber es ist cool. Nein, es ist süß. Guckt mal, es ist ein Elektro-Gift-Pokémon, oder wie? Mach mal weiter. Ein neuer Pokeball. Bei diesem Event könnt ihr erstmals den Go-Safari-Ball einsetzen. Einen hocheffektiven Pokeball mit erhöhter Fangchance. Gerade bei Begegnungen mit mächtigen Pokémon wird er euch treue Dienste erweisen. Oha, neuer Ball. Dann mächtige Pokémon betreten die Bühne. Bei der diesjährigen Go-Naturzone sind zahlreiche Elektro- und Gift-Pokémon dabei, aber das ist noch lange nicht alles. Allesmöglicherweise begegnet ihr auch ungewöhnlich starken Gegnern, sogenannten mächtigen Pokémon. Bei mir heißt es jetzt, das ist die Pokémon-Go-Naturzone. Da steht Pokémon-Go-Wild-Area. Bei mir ist es aber, also sie hat noch Nature-Zone, ist doch trotzdem eng, oder nicht? Als die wilde, das wilde Areal. Oder die wilde Gina. Wer die nicht kennt, googelt mal, dann wisst ihr, wer das ist. Die Gina-Wild-Arena. Und, das finde ich wieder absolut hässlich und unnötig. Frühbucher werden belohnt. Wenn ihr bis zum 22. Oktober ein Ticket für die Go-Naturzone global erwerbt und euch im Zeitraum von 15. bis 22. anmeldet, erhaltet ihr eine befristete Forschung, bei der ihr den Avatar-Artikel Toxel-Maske früher erhaltet. Und das ist ja, das heißt, diese hässliche Maske kriegt man dann sowieso, also vielleicht muss man die sich ja dann kaufen im Shop und so kriegt man sie früher und eben aus einer Forschung. Aber wer setzt sowas denn freiwillig auf? Ihr, du, du, der da gerade guckt. Schreib mal rein, wenn du dir das aufsetzen würdest. Wenn ihr das Ticket im Webstore kauft, erhaltet ihr außerdem noch Bonus-Items. Aber kann ich ja nicht, ich kaufe ja nichts. Ich kriege nur Geschenk, wenn schon. Oh, wie schön es schillert. Mit einem Ticket für die Naturzone global habt ihr eine erhöhte Chance, während des Events schillernden Pokémon zu begegnen. Also mit Ticket erhöhte Shinies, ohne Ticket keine erhöhten Shinies. Weil jetzt wieder sagen, da gibt es ja gar nichts dazu. Welch legendären Überraschungen erwarten euch wohl in der unerforschten Go-Naturzone. Die Jalga-Urform und Palkia-Urform werden während des Events für alle Trainer in Raidkämpfen erscheinen. Deswegen muss ich ja nach Gera, ich kann sonst keine Raids machen. Nach Gera, Livestream, unterwegs, zack, mit der Gruppe rein. Wer im Chat ist und rumheult, der wird auch eingeladen. Man kennt es, das ist immer sehr cool. Zudem beherrschen Gefangene die Jalga möglicherweise, möglicherweise, die exklusive Ladeattacke Zeitenlärm und Palkia Raumschlag. Das kennen wir ja schon von der Go-Tour. Und diesmal sind die Attacken zurück. Aber das ist nicht nach Ticket gerichtet. Ihr könnt beide fangen, ihr habt bei beiden die Möglichkeit. Sie sind halt nicht garantiert. Es gibt halt nur die Möglichkeit drauf, dass ihr die kriegt. Ich habe 200er von die Jalga und beide haben natürlich nicht die Attacke, weil ich mich in dem Pfad damals für Palkia entschieden habe. Jetzt kann ich hier nicht weiter blättern. Ich kann aber die Dinger zurückblättern. Und das ist immer noch nicht alles, denn da sind schon eigentlich viele coole Sachen dabei. Aber was gibt es denn noch? Event Gameplay. Ja, ihr alle erhaltet während der Go-Naturzone folgende Spielinhalte und Vorteile. Egal, ob ihr ein Ticket habt oder nicht. Also das ist dann für alle. Riffax, Dönermax, Riffax, Inraids. So, ihr könnt dem großen Döner-Pokémon begegnen. Fertig. Dann steht hier diese mächtigen Pokémon. Die mächtigen Pokémon haben gewisse Gemeinsamkeiten, eine höhere Wahrscheinlichkeit auf hohe Angriffs-, Verteidigungs- und KP-Werte, eine höhere Wahrscheinlichkeit auf XL- oder XXL-Exemplare und eine geringere Fangchance. Diese mächtigen Pokémon kann man auch mit etwas Glück natürlich shiny bekommen. und man sollte sich halt mit Safari-Bällen ausstatten, ob man die einfach am Stop dann drehen kann oder im Shop kaufen muss, keine Ahnung. Die sind wichtig für solche Begegnungen. Dann steht es nochmal da, Safari-Bälle kriegt sowieso jeder. Alle ungenutzten Safari-Bälle verfallen und verschwinden jeden Tag um 18.15 Uhr aus dem Item-Beutel. Also die kann man nicht danach nutzen. Die sind nur für dieses Event. Dann nochmal natürlich die Jalga und Palkia. Das wissen wir schon. Wie die Effekte funktionieren, das wisst ihr ja auch. Zeitenlärm erhöht halt die Dauer von bestimmten Items, die auf Zeit laufen. Raumschlag erhöht eure Spawn-Reichweite, in der mehr Pokémon auftreten können. Das ist alles alter Tobak, das braucht man nicht. Jetzt aber, was gibt es denn überhaupt für Pokémon? Die Event-Pokémon während des Events in zwei verschiedenen stündlich wechselnden Habitaten. Ist also wieder so, sagen wir mal um 10 geht es los. Eine Elektrostunde, dann um 11 gibt es eine Giftstunde. Mächtige Pokémon können jedoch den ganzen Tag über erscheinen, unabhängig von den Habitatstunden. Also es gibt zwei Stunden, die wechseln. Elektrostunde, Giftstunde. In der Elektrostunde haben wir zum Beispiel Alola, Kleinstein, Magnetilo, Voldobal, Hisui, Voldobal, Elektek, Fritzlblitz, Scheinux, Elezeber, Wazapf, Zappladin, Flunschlik, Iguana. Also Scheinux ist sowieso am Start. Egal ob der jetzt kommt oder nicht, Scheinux ist dabei. Fertig. Ich brauche noch Bonbons für Magnetilo. Ich brauche noch Exemplare von Elektek. Scheinux würde ich auch noch Bonbons mitnehmen. Ansonsten mag ich Elektro-Pokémon komplett. Giftstunde haben wir hier Bisasam, Knofenza, Tentara, Weberak, Paldea, Felino, Baldorfisch, Hisui, Baldorfisch, Pionsgorak, Libungel, Toxipet, Algit, Garstella. Da sehe ich viel GBL-Zeugs dabei. Bisasam ist cool, ist immer cool, ist ja ein Starder gewesen. Beim Rest, ja, weiß ich nicht. Was sind jetzt aber mächtige Pokémon? Mächtige Pokémon am Samstag. Taubos, Geowatz, Garados, Luxstra, Cera-Pendra, Voltula, Monagoras und Agrostella. Also Taubos, hey, kann Mega-Entwicklung, mächtiges Pokémon, wer noch ein gutes Taubos sucht. Geowatz finde ich cool, Garados finde ich cool, Mega-Entwicklung, Luxstra. Elektroangreifer, Past, Voltula, Elektro-Pas, Monagoras ist wahrscheinlich das Highlight hier von der Sache. Was gibt es am Sonntag? Alter. Sonntag. Bisaflor, Quapo, Dragoran, Impagato, Elevoltec, Mammutel, Zapplarang und Tantrak. Bisaflor finde ich genial, Quapo, Dragoran, Elevoltec finde ich mega genial, Mammutel finde ich genial, Impagato finde ich genial. Ja, mit den letzten beiden kann ich nichts anfangen, aber mit dem Rest, das sind mächtige Pokémon. Die Giftstunden sind jeden Tag gleich, die Elektrostunden, aber die mächtigen Pokémon teilen sich auf, auf Samstag und Sonntag. Da sind noch fette Sachen dabei. Dann gibt es natürlich auch Raids. Es gibt Stufe 3er Raids am Samstag mit Luxstra und Cera-Pendra, am Sonntag mit Bisaflor und Elevoltec. Würde ich jetzt aber nichts raiden. Dann gibt es Raidcamp mit der Stufe 4, das sieht aus wie die Elite-Raids, oder? Elite-Raids, Top-Raids? Ne, das sind Vierer-Raids, die nur vor Ort möglich sind, oder was? Die es immer am C-Day danach gibt. Riffhex in der Hochform und Riffhex in der Tiefform. Also da müsste man vielleicht mal einen Raid machen, um dann halt mal eins zu kriegen von Hoch und Tief. Auf der anderen Seite haben wir Fünfer-Raids mit Dialga und Palkia in den Urformen. Da brauche ich noch XL-Bonbons. Aber wenn ich die XL-Bonbons voll habe, würde ich mich vielleicht sogar auf Stufe 4-Raids konzentrieren mit Riffhex und da Shiny-Suche machen. Eigentlich muss man Fünfer-Raiden, da gibt es die besten Belohnungen draus und das wird auch die Zuschauer am meisten interessieren. Und Riffhex geht halt unter. Den musst du halt dann irgendwann in 10 Jahren nochmal machen. So, Döner-Kämpfe sind auch am Start. Döner-Kämpfe habt ihr auch. Riffhex in der Hochform, Riffhex in der Tiefform sind beide in Döner-Kämpfen da. Man müsste also keine Raid-Pässe ausgeben. Die Raid-Pässe könnte man für die Fünfer nehmen. Und die Döner-Energie könnte man dann für die Döner-Riffhex nehmen. Und vielleicht habt ihr ja da auch ein gutes Exemplar. Oder eben auch ein Shiny oder ein Hunderter oder sonst was. Und dann hat man die auch noch als Döners. Also perfekt. Boni und Inhalte. Ihr haltet Boni während des gesamten Events hier. Boni haben wir da. Log-Module halten 3 Stunden lang an. Chance auf Pokémon mit Spezial-Hintergründen. Aus Raid-Kämpfen der Stufe 4 und 5. Die Riffhex und die Dialgas haben Spezial-Hintergründe. Feldforschungen zu den verschiedenen Pokémon-Habitaten. Eine Überraschungsbegegnung pro Tag in Go-Schnappschuss während des Events. Ist da vielleicht ein neues Rotom drin? Das wird ja immer mal gerne da reingepackt. Aber passt das da dazu? Ich weiß es nicht. Bestimmte Attacken. Okay. Attacken haben wir auch noch. Bestimmte Pokémon, die man wild fängt oder entwickelt, beherrschen exklusive Attacken. Wir haben wieder Bisaflor mit Flora-Statue. Taubos, Windstoß, Quabbo, Kondor, Garados, Nassschweif. Embagador, Aquahobitze, Luxstrap, Psycho-Beißer. Neue Avatar-Artikel. Hier sehe ich ein T-Shirt. Habt ihr euch schon von... Habt ihr schon euch... Hä? Habt ihr schon euch schon ein... Kein Wunder, dass ich nicht lesen kann. Habt ihr euch schon ein passendes Outfit herausgesucht? Schon euch. Ab dem 15. November könnt ihr euch schon das T-Shirt zur Naturzone schon im In-Game-Shop sichern? Je näher das Event rückt, desto mehr spannende Details werden wir bekannt geben. Weitere Infos folgen bald. Wo haben die das In-Game-Shop? Das T-Shirt im In-Game-Shop? Ne, das kaufe ich mir nicht. Das kostet ja wieder Coins. Exklusive Ticket-Inhaber? Aha. Das heißt, hier oben diese Boni. Die sind natürlich für alle. Also die Hintergründe und die Logmodule und die Schnappschüsse. Für Ticket-Inhaber gibt es aber nochmal. Wählt euren Weg. Mit einem Ticket erhaltet ihr eine exklusive verzweigte Forschung, bei der ihr entscheidet, ob ihr euch auf Elektro- oder Gift-Pokémon konzentrieren und ein Meister-Trainer für diesen Pokémon-Typ werden möchtet. Für mich, ganz klar, ich weiß jetzt schon, ich würde Elektro nehmen. Was nehmt ihr? Gift? Ja. Frühbuchung lohnt sich. Hässliche Maske, die Wismar. Aber was ist noch alles im Ticket mit drin? Erhöhte Chance auf schillernde Pokémon, halbierte Schlüpf-Distanz für Eier, doppelte Schlüpf-Bong-Bongs, ein zusätzliches Fang-Bong-Bong, XL für Raids der Stufe 4 und 5, einschließlich Ultra-Bestien-Mega- und Proto-Raids, Event-Sammler-Herausforderungen, doppelter Schlüpf-Sternstaub, bis zu 5 Raid-Pässe pro Tag für das Drehen von Fotoscheiben und Arenen, also das Ticket kostet ja glaube ich 15 Euro, ihr erhaltet aber 10 Euro Pässe in dem Ticket mit dabei. Wenn ihr die abzieht, kostet das Ticket ja nur 5 Euro. Bis zu 6 Spezialtausche pro Tag, sind also auch 12 Stück, doppelte Fang-Bong-Bongs, doppelte Schlüpf-EP, 5000 zusätzliche EP für abgeschlossene Raid-Kämpfe, weniger Sternstaub fürs Tauschen und 3 Überraschungsbegegnungen pro Tag in Goshen-Abschuss während des Events. Jetzt steht das Ding hier und ich denke mir, hä? Ach ne, kostet nur 11,99 Euro, dann bezahlt ihr theoretisch 1,99 Euro für das Ticket, weil ihr 10 Euro für Pässe gekauft habt, die ihr dann nutzt, um zu raiden, das macht ihr ja sowieso und habt 2 Euro das Ticket und das passt dann, oder? Passt das nicht? Das passt doch. Frühbucher werden belohnt, wie oft wollt ihr das denn noch sagen? So, da kauft ihr es hier, da kauft ihr es da, dann könnt ihr es auch verschenken an den Ramses, habt ihr schon gemacht, perfekt. Also ich finde, ja, ich bin gehypt, ich bin gehypt. Nachdem wir das Go-Fest haben, was immer das Highlight des Jahres ist, eine Go-Tour im Februar, aber auch immer richtig genial ist, kommt jetzt die Gina Wild Arena und ich muss sagen, ich hab Bock, ich hab Bock. Das Lofthaus ist gebucht, Gera wird kommen, Schenaya wird da sein, Thomas wird da sein, das steht glaube ich schon fest. Wer sonst noch kommt, wenn ihr Bock habt und sagt, ihr würdet auch mal nach Gera fahren, um zusammen da ein bisschen die Gina Wild zu begutachten, dann schreibt es mal in die Kommentare. Mal gucken, wie man da alles sieht. Das war es von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out, fort. Euer Ramses. Ich wähl den Elektroweg. Und ihr? Ciao.